Vue6 Blade Smart Glasses Mit der digitalen Welt in Kontakt zu bleiben oder den Kontakt zur Realität zu verlieren, ist heutzutage gar nicht so einfach. Die Blade Smart Brille der US-Firma Vue6 vereinfacht diese Herausforderung, da sie alle wichtigen Funktionen übernimmt, um die sich normalerweise ein Smartphone kümmert. Mit dieser Brille wird man nicht vom Bildschirm abgelenkt, aber man kann jederzeit ein Foto schießen oder ein qualitativ hochwertiges Video aufnehmen. Dank des integrierten Mikrofons und der Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung kann man Anrufe entgegennehmen und Musik hören. Die Steuerung ist einfach, intuitiv und erfolgt durch berührende Touchpanels. Wichtige Benachrichtigungen werden direkt auf den Gläsern angezeigt, behindern jedoch nicht die Sicht. Im Allgemeinen werden alle erforderlichen Informationen auf dem Bildschirm angezeigt, zum Beispiel eine Route zur Navigation, Daten zum aktuellen Lauf, Bilder von Überwachungskameras und viele mehr. Vue6 Blade verfügt über eine offene Plattform, auf der Anwendungen von Drittanbietern integriert werden können. Die Brille kostet 800 US-Dollar. Superkeller In einer Welt, in der moderne Menschen von vielen Geräten umgeben sind, wird das Kabelmanagement immer schwieriger und verwirrender. Zum Glück gibt es Lösungen wie Superkeller, ein Ladekabel mit einem Smart-Magnetsystem. Es verriegelt Kabelteile und verhindert, dass sie sich verheddern. Die Erfindung sorgt für ein nettes Erscheinungsbild. Die Magnete halten die Teile des Kabels zusammen, aber nicht zu fest. Wenn das Kabel verlängert werden muss, muss man es nur an sich ziehen. Das Design ist patentiert, die Magnete sind symmetrisch. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass Superkeller als Tischspielzeug verwendet werden kann, da die Magnete angenehme, beruhigende Klicks erzeugen. Die Kosten betragen etwa 19 US-Dollar. FingerBot Plus Die Einzigartigkeit dieser Erfindung besteht darin, dass sie absolut jedes Gerät in ein smartes Gadget verwandelt. FingerBot Plus ist ein mechanisches Gerät, das neben den Tasten angebracht und mit einem Smartphone verbunden wird. Mit der offiziellen mobilen App kann man den FingerBot Plus steuern und einen mechanischen Finger aus- und einfahren. Er bewegt sich und drückt dabei einen Knopf. Der Nutzer hat die einmalige Gelegenheit, die Objekte um ihn herum aus der Ferne zu nutzen. Man kann morgens den Wasserkocher einschalten, ohne aus dem Bett zu steigen. Man kann das Garagentor schließen, ohne das Auto zu verlassen. Man kann das Licht im Raum ausschalten, ohne die Couch zu verlassen. Die Möglichkeiten sind wirklich unendlich. Das Design ist vielseitig einsetzbar und mit allen Arten von Tasten und Schaltern kompatibel. Dieses Upgrade für jedes Gerät im Haus kostet 25 US-Dollar. Pineapple Keyboard Obwohl diese Tastatur keinen praktischen Nutzen hat, ist dies ein ausgezeichnetes Geschenk. Wenn diese Minigranate an einen PC angeschlossen ist, werden per Tastendruck keine Buchstaben, sondern Wörter geschrieben. Bam, Boom, Bang und andere Wörter, die wie eine explodierende Granate klingen. Das Spielzeug wurde in einer einzigen Kopie von einem talentierten Handwerker gebaut und auf einem 3D-Drucker gedruckt. Katzen Katzen bringen viel Liebe, Freude und Spaß in unser Leben. Es gibt jedoch niemanden auf der Welt, der gerne Katzenklos reinigt. Dafür gibt es allerdings eine Lösung. Chinesische Experten haben die intelligente Katzentoilette Katzen entwickelt. Sie ist kompakt und ästhetisch und kann auch als interessante Dekoration für jeden Raum dienen. Sie reinigt sich praktisch ohne menschliche Beteiligung. Die Bewegungssensoren arbeiten ohne Unterbrechung, um die Sicherheit des Tieres zu gewährleisten. Sobald die Katze das Klo verlässt, beginnt der Mechanismus automatisch zu arbeiten. Er siebt den Füllstoff und sammelt Abfall sowie schmutzige Partikel in einem speziellen Fach. Man muss das Klo ungefähr einmal pro Woche leeren. Katzen versiegelt unangenehme Gerüche und verhindert deren Ausbreitung. Ein weiterer Vorteil ist eine UV-Lampe, die die inneren Oberflächen behandelt und Bakterien und Keime abtötet. Die Kosten beginnen bei 179 US-Dollar. Shower Power Wir sind uns alle einig, dass das Duschen mit der Lieblingsmusik viel angenehmer ist. Die Spezialisten der philippinischen Firma Ampere haben ein Gerät entwickelt, mit dem man dabei auch noch einen Nutzen zieht. Shower Power ist ein einzigartiger Lautsprecher, der niemals aufgeladen werden muss. Das liegt daran, dass es sich um ein Mini-Wasserkraftwerk handelt. Es arbeitet mit Energie, die es aus dem fließenden Wasserfluss erzeugt. Das einfache Installationsverfahren ist ein wichtiger Vorteil. Shower Power kann auf jedem Duschkopf installiert werden. Das Gerät stellt eine Verbindung zum Smartphone her, um Musik über Bluetooth abzuspielen. Für die Herstellung von Kunststoffkomponenten wurden recycelte Stoffe verwendet, nämlich recycelter Kunststoff, der im Meer gesammelt wurde. Ein Lautsprecher besteht aus bis zu 15 recycelten Flaschen. Die Kosten beginnen bei 59 US-Dollar. Caps B Der Vorteil dieser Erfindung ist, dass sie zwei Dinge kombiniert. Caps B ist eine Kopfbedeckung, die Kopf und Haare vor der Sonne schützt. Die Renner sind flach und hart, wodurch der Hut auch als Frisbee verwendet werden kann. Wenn man spielen will, nimmt man die Kopfbedeckung vom Kopf und wirft sie in die Luft. Wenn das Spiel vorbei ist, nimmt Caps B keinen Platz im Rucksack ein. Der Hut kostet 36 US-Dollar. Boileo Die folgende Erfindung ist ein Übersetzer der neuen Generation mit vielen nützlichen Funktionen. Boileo kann zunächst jeden gedruckten oder digitalen Text scannen und dann die Übersetzung auf dem Display anzeigen. Die zweite Funktion sind Sprachübersetzungen. Das Gerät erkennt gesprochene Sprache, zeichnet sie auf und übersetzt sie dann in eine andere Sprache. Die dritte Funktion ist die Übersetzung per Foto, wenn das Programm den fotografierten Text erkennt und diesen dann übersetzt. Die letzte Funktion ist die Verwandlung eines Textes in Digitalform. Diese Funktion hilft Menschen, die mit vielen Büchern, Dokumenten und Unterlagen arbeiten. Boileo kann an die Kopfhörer angeschlossen werden und diktiert die Übersetzung in Echtzeit direkt ins Ohr. Derzeit unterstützt das Gadget elf Sprachen von Chinesisch über Russisch, Deutsch und Italienisch. Der Preis beträgt 150 US-Dollar. Das Arbeiten oder Lernen am Laptop ist mit Icewift Pi viel bequemer. Dies ist ein faltbarer Ständer, der flach und einen halben Zentimeter dick ist. Im entfalteten Zustand nimmt er sechs verschiedene Positionen ein, wodurch die Möglichkeiten erheblich erweitert werden. Icewift Pi hält den Laptop im Liegen oder auf einem Stuhl. Der Laptop wird angehoben, wenn man im Stehen am Tisch arbeiten will und zum einfacheren Tippen geneigt. Die Magnethalterungen sorgen für die Stabilität. Die Kosten betragen ab 69 US-Dollar. Die letzte Erfindung für heute sind ungewöhnliche Sneaker mit Beleuchtung. Diese Funktion ist zwar nicht besonders praktisch, aber das ungewöhnliche Design hebt die Stimmung und zieht alle Blicke auf sich. Suai wird vor allem Tänzer ansprechen, die ihren Auftritten etwas Neues verleihen wollen. Der Sneaker reagiert auf Bewegung mithilfe von Sensoren und passt die blinkenden LEDs an diese an. Die Farbe wird in der mobilen App ausgewählt. Die Sneaker sind bequem, aus atmungsaktivem Material gemacht und zuverlässig vor Wasser geschützt. Die Schuhe kosten ca. 165 US-Dollar. 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 Die Schuhe kosten ca. 165 US-Dollar.